. So, ein herzliches Gespräch zur 66. Große Montage hier aus Alltanz. Hinter mir Sie jetzt hier im Tag, wo ich mich hier befinde. Wir grüßen Ihnen im Video mal für Lisa Karel aus dem Sillertal. Schöne Grüße an Lisa Karel aus dem Sillertal. Alltanz liegt 760 Meter hoch, hat 2.090 Einwohner. Und der Bürgermeister ist der Adolf Tronnemiller. Wiederhole nochmals, ich befinde mich heute in Alltanz. Das ist die 66. Ortsreportage im Jahr aus Alltanz. Herzlich willkommen zur 66. Ortsreportage im Jahr aus Alltanz. Alltanz liegt 67 Meter hoch, hat 2.90 Einwohner. Der Bürgermeister ist der Adolf Tronnemiller. Wie gesagt, Sie sehen heute ein paar Eindruck hier aus Alltanz. Und wünschen Ihnen bei dieser Montage viel Spaß und gute Unterhaltung hier aus Alltanz. Herzlich willkommen von Markus Lott aus Alltanz. So, hier sehen Sie den Dorfbrunnen hier in Alltanz. Den Dorfbrunnen sehen Sie hier in Alltanz. Und später wechseln wir dann zur Kirche auch noch. Der Dorfbrunnen hier in Alltanz. Und hier zu sehen das Gemeindezentrum von Alltanz. Das Gemeindezentrum Alltanz. So, das Gemeindezentrum von Alltanz. Gemeinde Alltanz. Hier zu sehen im Bild. Bei der 66. Notreportage. Potage. So, und hier im Bild zu sehen der Jaglerhof. Der Jaglerhof. Oder wie jetzt sagt man. Der Jaglerhof ist das. Und um den Jaglerhof herum die schönen Blumen. Die schönsten Blumen hier in Alltanz zu sehen. Bei der 66. Notreportage hier. So, und hier im Bild sehen Sie die Pfarrkirche von Alltanz. Die dem Heiligen Martin von Durst geweiht ist. Die Pfarrkirche von Alltanz sehen Sie hier im Beitrag. Die dem Heiligen Martin von Durst geweiht ist. Und die steht unter Denkmalschutz Friedhof und Pfarrkirche. stehen unter Denkmalschutz. Die gehört zum Dekanat Wilden Land. Wie gesagt, die Pfarrkirche von Alltanz, die dem Heiligen Martin von Durst geweiht ist. Die schöne Pfarrkirche von Außen, also von Alltanz, die dem Heiligen Martin von Durst geweiht ist. Wie gesagt, Pfarrkirche und Friedhof stehen unter Denkmalschutz und gehört zum Dekanat Wilden Land. So, ich hätte Ihnen jetzt gerne die Alltanz der Kirche von innen gezeigt, denn die ist leider geschlossen. Da sind die Halle dran zur Kirche, hätte ich gerne von innen gezeigt. Schauen wir mal, ob Sie später für die Pfarrkirche von innen noch fahren. Einen schönen guten Morgen auch an die Kühe hier. Die genießen jetzt das Frühstück. Hier bei der 66. Notreportage. Und schmeckt es euch? Und hier im Bild zu sehen der Alltanzer Hof. Der Alltanzer Hof ist hier zu sehen im Bild. Bei der 66. Notreportage hier aus Alltanz. So, hier hat man einen sehr schönen Blick zur Stadt Ingsbruck runter von Alltanz. Zur Stadt Ingsbruck. In die Landeshauptstadt. Das ist heute wieder mal Wachs. So, hier Volksschule von Alltanz. Diese Bild zu sehen. Die Volksschule von Alltanz. Äpfelvielfalt findet man auch hier in Alltanz. Die schönsten Äpfel hier in Alltanz. Herbstzeit ist auch Äpfelzeit. Und hier im Bild sehen Sie das Flohmobil. Das Flohmobil. Das man sich aus auch ausleihen kann. Hier nochmals zu sehen im Bild Volksschule Alltanz. Volksschule Alltanz. Bei der 66. Notreportage. So, hier zu sehen der Kelmhof in Alltanz. Der Kelmhof. So, ein Stück nach weiter vom Ort entfernt ist das Feuerwehrhaus. Der Feuerwehrzentrale Alltanz. Mit dem Heiligen Florian drauf. Feuerwehr Alltanz hat ungefähr 5 Einsatzfahrzeuge. Die Feuerwehr Alltanz ist mit ungefähr 5 Einsatzfahrzeugen ausgerüstet. So, hier hat man einen Blick zur Parkrache runter nach Alltanz. Und hier im Bild zu sehen der Moorhof mit den schönen Blumen noch drauf. Der Moorhof hier in Alltanz. So, hier sieht man das eine oder andere schöne Wegkreuz auch hier zu sehen. Bei der 66. Notreportage. So, das war es wieder hier von Alltanz. Sie seien die 66. Notreportage hier aus Alltanz. Wir grüßen die Lisa Kreidler aus dem Zillertal. Alltanz liegt 760 Meter hoch. 290 Einwohner. 290 Einwohner. 290 Einwohner. Der Bürgermeister ist der Adolf Donnemüller. Ja, sie seien ein paar Einwohner aus Alltanz. Hier aus der Schildentwicklung aus Alltanz. Und wie gesagt, wir grüßen die Lisa Kreidler aus Alltanz. Alltanz liegt 67 Meter hoch. 290 Einwohner. Der Bürgermeister ist Adolf Donnemüller. Donnemüller hier aus Alltanz. Sie seien die Kirche. Sie seien ein paar Einflussschwesten. Sie seien ein paar Bauernhöfe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liken Sie auf YouTube meinen Kanal unter Stefan Wanker. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war die 66. Notreportage. Auf Wiedersehen. Baba. Ihr aus Alltanz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nichts, wie auch noch die Essen? Die Essa, die vaccination sind noch eine Kommende. Verkleinungen der음んでurte Liebe. Oder suivant ihr Spiel? Vielen Dank.